Wir können leveln und, was hat man gesagt, Welten-Sprung, von der Karte aus kannst du zu jedem entdeckten Türen springen, ja, vielleicht doch erstmal den Instinkt, bei meinen Ortskenntnissen. Ah, hier oben sollen wir lang, ja, hier haben wir jetzt diesen, das ist wie bei Divinity, wenn China zu viel lootet, ne, der hier geht weg, der andere nicht, gut, aber wenn da das Interessante ist, dann möchte ich gerne nochmal wissen, was hier ist, nichts, gut, dann gehen wir wieder zurück. Diese Richtung soll man gehen und dann aber auch wieder nach links, ach ja, hier ist jetzt ein Dornenbusch. Zu wenig? Quatsch. Immer so viel, dass man gar nicht, dass es da zu Bugs kommt. Und wieder so ein Hügel an der Seite und da ist eine Box. Ich möchte springen oder klettern können. Was ist das für ein Fuchs, der nicht springen kann? Okay, der gibt mir aber auch nur die grobe Richtung vor, aber wie man da hinkommt, das muss man auch selber rausfinden, na gut. So. Ganz schön viele Spinnen hier rumlatschen. Ach, du bist noch nicht tot. Aber jetzt. Nein, das ist auf keinen Fall. Der Schwierigkeitsrat ist schon... Also der Kampf eben, der war schon knackig, aber ich habe auch gemerkt, ich glaube, dass tatsächlich ein bisschen weniger Gegner dann kamen. Dann gehen wir doch mal hier lang. Nee, oder auch nicht. Da unten war ja definitiv zu. Und die gute Dame hier hat sich auch schon lange nicht mehr gemeldet. Habe ich durch den Kampf jetzt eigentlich irgendwas Tolles gewonnen? Wahrscheinlich nur Erfahrung? Oder was heißt nur? Immerhin Erfahrung. Nee, Moment. Hier kommen wir doch her. Ach, dann ist wahrscheinlich das nächste Gebiet jetzt zu öffnen. Genau. Die richten... Jetzt haben wir genug XP, um den nächsten Ort zu erkunden. Freizuschalten. Das nächste Gebiet freizuschalten. Fangen wir mal da oben. Ach, Watschina. So groß ist das Gebiet nicht. So groß ist das Gebiet ja nicht. Aber ich muss als nächstes, glaube ich, in Kampffähigkeiten skillen. Den hatten wir schon. Und ich hoffe, dass wir bald die Eisfähigkeit kriegen. Dass wir da dann weiterkommen. Das ist ja wahrscheinlich jetzt das Gebiet im Süden. Könnt ihr auch auf die Karte gucken. Mach ich nochmal eben. Da müssen wir hin. Okay, falsch abgewogen. Super. Hier ist das nächste. Und noch eine Truhe. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen schriftstellerisch, oder was heißt so ein bisschen, ist ja auch sehr schriftstellerisch angehalten mit dem ganzen Papier und ja auch eben den Kommentaren, als ich gestorben bin. 15.000, die habe ich doch locker. Sehr schön. Oh nein. Oder sind das, ist das kein Eis, sondern Papierschnipsel im Wasser? Das kann ja auch sein. Dann geht es jetzt ja wahrscheinlich in die nächsten, dann, ja, Kapitel 2. Die kalte Schulter. Und so lange geht das Spiel, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, ich hatte mal geguckt, ich glaube so neun Stunden oder so, durchschnittlich. Bevor wir natürlich ins Dungeon gehen, dann gucken wir uns erstmal natürlich noch hier um. Gut, wenn man die, da gibt es immerhin schon mal die XP dafür, aber ran komme ich wahrscheinlich erst später. Kaffee ist irgendwie auch ne gute Idee. Wo kommst du denn her? Das ist noch einer. Weg mit dir. Sieg. Das war ein richtig schöner Schlusswerk. Dann mal rein. Die ertrinkenden Hallen. Oh, eine Eidechse. Viele Eidechsen. Letzte. Zettel. Ähm, ich denke mal, dass ich das jetzt lerne. Mokai. Ich denke mal, dass ich das jetzt lerne hier nach. Wollen wir den Text nochmal lesen. Gaben-Mädel. Hier, wenn wir. Hier, wenn wir. Oh nein, das geht nach Zeit. Ah. Ich kann mich eben gefreut. Oh, das ist ja schön, dass man nicht die richtige Reihenfolge oder keine Reihenfolge haben muss. Laufwuchs. So. Mars. Ich bin wieder auf Shift gekommen. Ja, doch. Ich habe eine gewisse Zeit, bis sie, äh, abklingen. Ja. Ja, das ist klar. Passage verbunden. Aber trotzdem läuft ja dann quasi für jeden den Knopf dann der Countdown, bis er halt wieder deaktiviert ist. Tja, die Sprache muss ich noch lernen. Jemand kann nicht da hinten? Das ist kein Wasser, oder? Ne, genau, das sind feste Eisschollen. Ah. So wird es dann wahrscheinlich aussehen, wenn ich den zauber kann. Oh, ich bin sogar schneller. Natürlich kannst du das. Oh man, rutscht richtig. Genau, jetzt leuchtet er und dann geht er nach einer Zeit wieder aus. Oh, ist das schwer zu steuern. Also für mich ist das nach Zeit. Oh, Fuchs. Ja, so hatte ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Aber Moment, dann können wir doch hier gerade aus... Steuerung. Ich gehe aus, weil ich auf Rot komme. Ach so. Stimmt. Dann ist das ja ein bisschen entspannter. Kann man das auch mit Pfeiltasten spielen? Ne. Doch, kann man. Ja. Das kann jetzt auch ein bisschen dauern. Also die... Liegt bestimmt auch an mir, dass ich mich so blöd anstelle. Wir müssen hier hinten anfangen. Aber die Steuerung ist an sich schon... Recht schwammig. Wieso wechselst du den Weg? So, nach oben. Okay, man kann... Muss den Winkel gleich direkt richtig haben. Kann ich jetzt gerade nicht ändern, woher lang läuft? Okay. Okay. Nach oben. Stehen bleiben. Ja. Okay. Nein, nicht nach da. Ah, das kann ich da rein. Wieso ist der jetzt ausgegangen? Ach, weil ich nochmal draufgekommen bin. Okay. So, dann gehe ich jetzt hoffentlich hier außen rum. Hm. Und wieder zurück an den Anfang. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist... Wenn ich halt die Pfeiltaste nach unten drücke, dann läuft der so in diese Richtung. Das heißt, ich muss um gerade quasi zu gehen, immer zwei Tasten drücken. Nach Möglichkeit die richtigen. Okay, ich darf jetzt nicht nochmal auf den kommen. Ah! Ich habe ihn auch nur ganz leicht berührt. Na. Jetzt. So. Hier unten lang. So, die beiden sind nach da. Dann sind die beiden nach oben. Zack. Jawohl. Die beiden nach oben. Ach, nee, durfte ich nicht. Okay, dann machen wir nochmal runter. Nach. So. Jetzt haben wir es, glaube ich. Puhu. Die beiden gleichzeitig. Jetzt muss ich schräg runter. Aber nicht so schräg. Vielleicht ist es doch die andere Richtung leichter. Ja. Ja. Das dauert noch. Das dauert noch. Bisschen gegensteuern kann ich. Na komm, wir lauf wieder nach hinten. Haben wir jetzt auch egal. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ja. Was war ja eine schwierige Geburt. Das war ja echt eine schwierige Geburt. So. Die können wir kaputt machen. Da unten darf ich das gleiche... Na. Na oben. Auf die Treppe würde ich gerne mal gucken. Und dann jetzt wieder raus. Und hier oben können wir weiterlaufen. Sehr schön. Und da da das Wasser ist, denke ich mal, dass wir gleich tatsächlich die Fähigkeit kriegen. So. Na, ganz fantastisch. Nein, nicht da drauf. Böser Fuchs. Böser Fuchs. So, dann in diese Richtung. Dann muss ich gerade runter. Doch, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann geht's. Das war doch einfacher. Doch, wenn man einmal das Prinzip hat... Das widerspricht jetzt aber dem, was ich eben gesagt habe. Was? Wieso hast du denn jetzt so einen Dralfuchs? Einfach gerade durch. Bäh. Oh, verdammt. Die kann ich nicht kaputt machen. Noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Durch. Puh. Und in Sicherheit. Erstmal. Die Räume rüben sich rundherum. Lüben. Möken. Taunten. Na, Fuchs, willst du nicht da lang? Aber ich fürchte, du musst. Oh. Ja, aber sicherlich keins der Hoffnung. Hey, muss erst mal hinkommen. Oh je. Der nächste Kampf. Ich gebe im Schreibmodus Eis oder Feuer ein, um zwischen den Magien zu wechseln. Ah, ich kann mir das also aussuchen. Eis. Schneefall. Zack. Und jetzt kann ich auch die Flächen komplett vereisen. Oh, und der Regen ist hier bei uns angekommen. Schön. Ja, mal gucken. Es soll gleich noch gewittern hier bei uns. Ich glaube, es geht gerade los. Wui. Dann mal wieder zurück. Und zeigen es den Kreaturen. Oh, hier ist noch was. Winterschlaf. Ja, eine ganze Woche leider. Obwohl bei uns nicht. Heute nur Unwetter. Morgen ist wieder schön. Aber halt kühler. Bis 17 Grad. Ach, jetzt muss ich zu Feuer wechseln. Dann geht die Truhe auf. War das sogar wieder der optionale Weg? Umstand freigeschaltet. Ein Prozent Muse Foundation. Eins von vier Fragmenten. Na, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schon welche übersehen habe. Die ertrinkenden Hallen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schon welche übersehen habe. Zoll. Kurs. Ach so, he he. Da verbrennen natürlich die Wörter nicht. Da habe ich mich ja so dran gewöhnt. Die werden ein bisschen festgefroren. Die werden kurz festgefroren. Das ist die Änderung. Aber das war es dann auch. Nicht so entspannt. Nicht so entspannt. Die nehmen wir nochmal eben mit.